Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo mit einem Gameplay hier hinten dran und Live-Kommentary sozusagen. Äh... Und... Ist... paar Dinge... Nämlich... Scheiße... Erstens werde ich... Ich bin nächste Woche auf Klassenfahrt... Schön... Ja... Und danach die Woche werde ich wohl ein bisschen mein Intro... Ändern und sowas alles zu machen. Ich könnte einfach meinen Kanal ein bisschen umschmeißen. Äh... Weil ich zurzeit hauptsächlich graue, was ich hier mache. Mal sehen, was ich für ein Intro machen werde. Bin mir noch nicht sicher. Äh... Dann noch... Das nächste... Ich... Äh... Habe... Heute... Eine Zelle... Echt? Jetzt wisst ihr ungefähr, wo ich wohne. Zelle... Landkreis Zelle... Ich weiß nicht, wer es kennt. Wieso sage ich das eigentlich? Ist doch auch egal. Und... Äh... Und... Es ist die nächstgrößere Stadt... Bei uns... Und... Und... Ja... Das... Da habe ich mir ein neues Spiel gekauft. Okay... Äh... Nämlich... Landkreis Zelle 2013. Ich werde vielleicht... Mal... Einen Account... Also... Einen Spielstand erstellen, wo ich ein bisschen rumschiede. Dann noch einen, wo ich... Äh... Richtig ernst spiele. Und vielleicht... Äh... Ja... Diese Sachen... Okay... Schön... Einfällige Sniper an. Weil man kann die vorne so schön schne... 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 Schneibe... Oben wo der... Haupt... So... Dann mache ich hier hinten noch... Und noch... So... Okay... Mh... Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, ob mein Satz verloren... Ich weiß nicht, ob mein Satz verloren... Äh... Nächste Woche... Ich bin nächste Woche nicht da... Ich will meinen Kanal... Ein bisschen umstellen... Ich würde sagen... Was noch? Jetzt habe ich keinen Plan... Scheiße... Oh cool... Cooler Schluss... Äh... Also auf jeden Fall... Wollte ich... Mein Kanalmessen umstellen... Und so... Äh... Denn... Ich habe mir heute Woche endlich eine externe Festplatte bestellt... Ja... Endlich... Okay... Nächster... Oh... Scheiße... Äh... Nur... Da ist einer lang... Und... Der... Äh... Eine externe Festplatte bestellt... Und... Äh... Ich werde... Bald... Call of Duty... Zombie-Monster spielen... Nämlich mit M. Ziller zusammen... Sein Rechner ist nicht ganz so gut... Also... Hat er gesagt... Das ist... Das vielleicht ein bisschen ausschlechter... Dass er das für sich spielen kann... Wollen wir mal hoffen... Dann gibt es nämlich ein Projekt bei uns... Oh man... Ich bin kein... Mano... Ich bin schlecht an Snipern... Bloß hier kann man... Ist das einzige Mal wo ich gut Snipern kann... Okay... Dann bin ich gut... Ich kann doch nicht Snipern... Ich... Nimm... Äh... Die... Mano... Und... Äh... Ja... Das... Das wird... Glaub ich... Das wird... Wahrscheinlich kommen... Mal sehen... Die haben die Maschine lang... Scheiße... Schön... Die ist... Hinten angeworfen... Schön... Ähm... Alter... So ein Arsch... Entschuldigung... Ich habe ihn kein einziges Mal getroffen... Weil ich hol bin... Äh... Ich glaube das war es jetzt endlich so... Scheiße... Was ich so loswerden wollte... Also... Nochmal zusammen... Alles zusammen... Kanal... Oben ein bisschen umstellen... Aua... Mein Kopf... Äh... Mein Kanal umstellen... Also... Indro und sowas alles ändern... Ich finde ihn nicht sehr zufrieden gerade zur Zeit... Dann... Ist das... Ist gerade vorbei... Und dann noch... Das... Ein paar neue Projekte... Auch... Together... Also... Freut euch drauf... Ach ja... Nächste... Nächste Woche bin ich nicht da... Hab ich schon gesagt... Hör nicht auf... Kommentare angehen... Dass es auch viele gibt... Also... Wir sehen uns gleich... Im nächsten Teil wieder... Wo ich einfach... Ganz normal wieder spiele... So... Da bin ich wieder zurück... Ich habe immer noch SKH... Diesmal bin ich bei den... Amis... Als... Thiel... Ich weiß gar nicht wo ich denn war... Aber jetzt... Ich... Irgendwann die Infos... Jetzt kommt ganz normal das... Gameplay... Und ich... Weiß noch nicht... Aber... Ich werde wohl die ganze Zeit drüber... Reden... Was ich gerade eben gesagt habe... Hallo... Ne... Ich mache ein Info-Video... Und dann... Wirst danach... Oh... Weil... Irgendwann nach... Normales Gameplay... Was ist... Wirst... Intro-Video... Nicht Intro... Scheiße... Info-Video-Rede... Okay... Ich habe noch keinen Kill gemacht... Aber egal... Ich bin sowieso... Ein Noob... Ein Ghost... Er schielt auf mich... Ich chill auf mich... Ich steu... Er zielt... Er zielt auf mich da hinten... Obwohl der andere... Eigentlich gefährlich ist... Ah... Kill... Ich habe einen Kill gemacht... Komm... Ich will Applaus hören... Ich habe noch eine... Zweite Granate... What the fuck... Was hat der Kaffee... Oh... Der Kaffee... Der Kaffee... Der Kaffee... Ach... Spitz... Mano... Ich will die andere haben... Ich habe keinen Bock mehr mit der... Bin ganz gut drauf glaube ich... Der haupt da oben immer noch... Haupt der da immer noch... Hau... Thull... Hau... Arschloch... Ja... Gidigidigidigid... Gidigidigid... Gidigidig... Hecker... So... Ich hab da einen gesehen WTF? 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 Mann, oh! Schade, schade, schade Schade doch nicht Vielleicht schneide ich jetzt ein paar 10 von meinen Spielen ins Syndrom Am besten 10 so Wie ist es wohl denn nicht viel Fickt euch! Gekrault Schade Warum hockt hier der Camper? Oder auch nicht Noch nicht So Was? Er ist abgehauen Er ist aufgeflogen Okay Ähm Wir haben die Kontrolle verloren Wow Wer hat hier meine Wandschaft gekillt? Du nicht noch ein Scheiße Fuck Assert Wow Der sagt seine Offen Sagt seine Meinung Offen Und klar Und deutlich Okay, danke, dass ich mir in den Arsch gerissen hab In Achtung Feindliche Hunter Killer Drohung Hunter Killer Haha Alter, hier ist immer einer oben Hüi Ich frag mich, wieso manche keine Tarnung drauf machen Komm, ich mach jetzt auch mal Färbelinkladen unterwegs Ein weiterer Abschluss Ehhh Gute gemacht Gute gemacht Hm Juuu Ich hab nur von einer Irgendwann kommt da jemand Komm, ich mal nach dem Keller Gut runnstig Michael? Cool. Ich hab mich selbst gekillt. Noob Hacker. Ich? Nee. Der wird ja nicht aus einem eigenen Team beleidigen. Ah, wir machen jetzt schon. Eine verbündete Hellstorm-Rakete unterwegs. Michael! Boom! So. Aber Info... Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt gut ist, aber... Okay. Das war ein schlechter Abschluss. Hehehe. Ciao, bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Achtung, ich bin mal richtig... Ich weiß nicht, wie ich will. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche nachher ein 7,5 gutes Spiel. Gutes Spiel! Buh! FÜRBUK! Guck mal! FÜRBUK!